Herzlich Willkommen auf meinem Kanal, Marcel. Darf es erstmal? Wir spielen heute ein neues Game, plattab. Teddybär, Teddybär, Teddybär. Ich habe ein wunderbares Steak für dich. Mh, schaut sehr roh aus, will ich nicht. Weiter, hopp gemacht. Nein, es ist kaum durchge... äh. Was dann? Wir können euch das wegwerfen. So, jetzt in der Runde, sagen wir mal, wir machen. Ich freue mich, alles abzufückeln. Mein Name ist Flammie. Sag, unsere Seite grüßt. Didi-dididi-dididi-dididi. Können das rein, hier wollen dich eigentlich auch diesen Gang hier versperren. Du sagst, ja, das du solltest vieleckst. Wobei ich die Küche kommt, übernimmst. Ich habe Müll einmal, es ist wichtig bei mir. Gut. Tim. du machst es so verstehst ja tschüss in der pizzeria wo alles in flammen steht pizzeria ich bin bei snuff als ob sie ganz aus dem müll geworfen hier sind für grad in den müll das kunden sei fleisch doch ist nichts in flammen noch stimmt noch durch ich hatte leute beweist ich bin nicht nur eine links das weiß ich da ja alles unter kontrolle wir sollten vielleicht dieses geld die war das waschbecken runter stellen kann ich das kann man sehen du musst doch mit o mussten zähler waschen wasch den teller brauchst du ja ja nee das ist nicht sein ernst jetzt du noch weiter wo kann ich das hinlegen, es geht nicht mal in den Müll schnell, da, go, go, go ja wir wollten wirklich umbauen, dass wir das Swashback anders hinstellen ja, ich möchte es auch gerade macht schon wieder alles dreckig so warum ist das geschafft? ja, irgendwie, warum ist das geschafft? ich hab nichts in Brand gesetzt Fühlbecken, ne, was gibt's? noch nichts upgrade, wie du wissen, was da drin ist eine Kochstelle mehr ein Tresel ein Tresel Tresel brauchen wir sowohl Tresel wäre schon sinnvoll ja, aber wo willst du den Tresel hinpacken? eigentlich wäre man liebsten noch so was willst du? nur so ein Tischding also du willst ein Tresel? ja wohin? hier? äh, ja ja wie mach ich das? ne ne, ich will das kaufen hier so, das kaufe ich jetzt so, ja jetzt das Spülbecken stellst du, oder? hier resten hierher so ja jetzt bin ich eingesperrt und nein äh, den Mülleimer brauche ich ganz dringend so ja ich in der Küche, oder? welchen? ne, den Mülleimer soll ich brauchen oder zumindest hier haben, weil ich muss den Müll rausbringen, oder? stimmt warte, wann wir so warte, wann wir so warte, wann wir machen das so so so, passt dir das? hier ja passt, dann runde ist über zwei nix in Brand stecken mhm jo das Ding hätt mir definitiv feiner hier vorne haben sollen jo aber noch mal, ok so bringt das d also nicht so schmutzwertig langsamer was möchte er denn? flammen? dann räum mir den schmutz doch weg, den hast du ja wegrauern weiß ich wie äh, oh tell me, ich habe ich, ah, warte, ich hab's tust tust ich spiel mit Controler schrieb dir, du bist auf einer meine Steam Statistik sagt ich würde kaum mit Controler spielen, nur 13% irgendwie stimmt das glaube ich nicht ganz nö aber ich spiel ja auf auf anderen Webseiten das Fleisch ist nicht durch hä? ach so ich möchte kochen warum nimmst du das jetzt? jetzt einfach mal drauf machen können hättest du nicht glaube ich sogar nein, man muss es durch, ne? ja jetzt gleich noch mal dreimal bevor es zum Fackelnarmel geht auch wenn es wenigstens ausmachen würde so so ich sollte echt Koch werden ha also was ich für real life story schon gemacht hab mit der Küche, gell? mhm die wir nicht erzählen werden wer hat's geschafft? das hat euch bereits das macht echt Spaß das liegt da bei dir rum die Briefe ne Kochstelle hätte ich hier und weitere Spülbecken brauchen wir zunächst nur einen Schuh schreibt ist das andere das ist noch was es tisch manchmal es gibt es auf jeden fall sinnvoll ich will den forschungsernehmer jetzt kommen wir noch wenig gäste das da ja vielleicht doch immer gesagt mehr schluss schluss dahin ich hatte dresden ist schon wichtig deswegen ich schätze dahin ich mag meine küche ich komme ich bin ja ich liebe es wenn ich nicht aufnehmen dass die musik hören kann also nicht selber aufnehmen aber komplett durch funktioniert alles wunderbar aber in viel muss bei mir passieren mit feuer arbeit das ist ganz komisch dass es so gut klappt gerade durch alles immer alles sympathisch ist du fleisch wo noch wo noch nicht komplett ist durch es gibt der rome medium wo amilio die der so als sie gut drin das ging dann gibt es auch die englische art und englisch ist wo ich bin ich mir aber ich komme jetzt sicher noch nicht hat er auf den erd sein teil auf den erd gemacht ich habe schon wieder weggeschmissen das vielleicht schau mal auf den namen das musste drehen lassen kommen sie ich nehme sie mal mit kommen sie überstecken ich glaube nicht dass es gut ankommen würde warum es gibt in amerikanischen lokal also nicht zusammen ist dürften schlagen dich die wirklich unterschreibt das lässt sich nicht entschlagen man muss ja sein teil steht die halle mit dem holz holzbrenner das sind bestimmte österreicher ganz beschämt nur ein spaß bitte das sieht sich an die bürgen deutschen sagen dass ich brauche die mülleimer auch erwartet dann machen wir wenigstens so schnell darüber hallo du hast es in der hand alter du sollst die mülleimer noch überstehen ja du bist so kompliziert ausdrückst und sich verstehst jetzt kommt ja schon wieder nicht irgendwo raus wusste auch nicht so das war das video ich hoffe euch gefallen platt ab war es zeigen wir uns beim nächsten video bis dann